Monate und Jahreszeiten Mit der Präposition im sagt man, was in einem bestimmten Monat passiert, im Januar. Das gleiche gilt auch für Jahreszeiten, im Winter. Für spezifische Datumsangaben nutzt man die Präposition am, am 4. April. Bei ungefähren Zeiträumen kann man Anfang, Mitte oder Ende nehmen, Mitte Juni. Welchen Monat haben wir? Ich habe im August Geburtstag. Wir fliegen Ende Mai nach Taiwan und kommen Mitte Juli zurück. Am 28. Oktober habe ich Urlaub. Wir gehen im Sommer baden. Das machen wir jeden Sommer. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch den seriously, was ich Leon. Wir gehen um time, bis zum nächsten Mal. put go www. 다들 slide. Vergelegt untertlang aufgramm. Gib morphos. Ich wünsche euch deinen Moment. Das ist mir in viergeht. Ich wünsche euch in dir am 13orsa. c!!